Hi liebe Halo-Fans, ich bin's wieder, Illumina Dunstrad, heute zum ersten Random Day. Ich brennte euch heute mal einen kleinen Clip von dem AX Bonfire, oder auch Vexo genannt, und der spielt hier Lightning Flag auf Haven, und dann schauen wir uns den einfach mal an. Ja, jetzt hat er hier Gilteko Lehrgeschäft, Schussbuffrika, Gemetzel und Kilimanjaro, und jetzt schauen wir uns mal, wie er das geschafft hat, ohne zu schießen. Genau, er hat bei Lightning Flag einfach einen Schütze aufgestellt, auf die Red Platt, auf Haven, das ist immer sehr schlau, und hat den Leuten einfach mal, genau so gedacht, ach, Spawn-Trap ich nicht mehr, und hat auch gut geklappt. Wir haben noch eine andere Sicht, auf Open Ramp hier, hier links, da könnt ihr da ja auch noch was sehen, nochmal das Schütz, und jetzt seht ihr auch ein kleines Lagerfeuer. Ja, hier, da seht man schon, wie die Leichen ineinander fallen, und gleich, mit dir was komisches auftauchen, nämlich, ein kleines Feuerchen. Keine Ahnung, was das sein soll, sieht auf jeden Fall cool aus, ich hab's nicht animiert. Das war der Random Day, und auf Wiedersehen, tschüss!